Die Sendung ist cool. Oh, hallo zusammen. Kann sie mich sehen? Klar kann ich das, Claire. Wow. Komm her. Ich sagte, komm her. Bereit? Wer fängt an? Das ist nur fair. Sind das Zähne? Ich hab doch meine eigenen. Aber schau mal, wie gummiartig die sind. Das ist ganz schön eklig, Claire. Nein, das gefällt mir nicht. Dann esse ich sie einfach. Und schon weg. Schätze, ich bin als nächstes dran. Ein Finger. Cool. Sieht aus, als gehörte der mal einer Hexe. So ein Blödsinn, das glaub ich nicht. Ich brauche noch einen Finger, siehst du? Muss ich das Ding wirklich essen? Ist gar nicht so schlecht. Entschuldigung. Hey, meine Gebete wurden endlich erhört. Das hat dich erschreckt, was? So wie Skelette das eben tun. Was für eine Erleichterung. Endlich hab ich deinen Finger. Meine Kreation ist jetzt komplett. Yes. Sie ist am Leben. Sie lebt. Was ist denn hier los? Muahaha. Warte. Ich glaub, es ist vorbei. High five, Freundin. Wow. Der Finger. Oder sollte ich besser sagen, die Finger? Sie ist echt empfindlich. Auf geht's. Ich liebe Lollis. Besonders die lindgrünen. Der sieht ziemlich gut aus. Grüner Apfel. Davon kann ich nicht genug bekommen. Ich verschaff mir einen Zuckerrausch. Sieht aus wie ein Lollistrauß. Mh, so süß. Sachte Kimberly. Was? Die sind voll lecker. Mh. Lecker. Mach deinen auf, Claire. Eine Toilette? Nicht gerade appetitlich, oder? Probier doch erst mal, bevor du was sagst. Eigentlich ist das ziemlich cool. Erdbeere. Aber was ist in der Toilette? Oh, sie ist mit süßen Streuseln gefüllt. Dann darf ich wohl auch dippen. Mh. Yum. Darf ich auch mal probieren? Danke. Oh, oh. Es zieht mich rein. Kimberly? Bist du da jetzt wirklich drin? Ja, bin ich wirklich, Claire. Jetzt hol mich hier raus. Ich kann dich kaum sehen. Mir gefällt's hier drin nicht. Hey, schau mal. Soll ich den mal drücken? Nein, nicht. Da steht spülen. Nein. Wow. Ich bin wieder groß. Danke für die Spülung. Ich mach deinen auf. Das ist eine Menge Kaugummi, oder? Ich hab ihn noch nie in so einer Tube gesehen. Trau ich mich, ihn zu probieren? Ist fast wie Zahnpasta oder sowas ähnliches. Drücken. Oh ja, jetzt geht's los. Ich kann sogar Blasen machen, siehst du? Cool. Öffne jetzt deinen. Interessant. Mein Kaugummi liegt hier in kleinen Stücken. Und sie sind grün. Mh. Ziemlich zäh. Ich bin bereit. Oh, ich krieg keine Blase hin. Schon gut. Schau mir einfach zu. Es kommt auf die richtige Platzierung der Zunge an. Yes. Und so wird's gemacht. Vielleicht brauche ich nur noch mehr davon. Ja, das fühlt sich schon besser an. Man muss nur alles gut durchkauen. Du schaffst das. Wow. Das ist aber keine Blase. Tut mir leid, Claire. Der scheint echt festzukleben. Ich weiß. Vertraue mir einfach, okay? Du weißt wirklich, was du da tust? Ich meine, ich klapp schon. Bist du fertig? Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Das nimmt kein Ende. Das gefällt dir, oder? Wenigstens ist die Frisur einzigartig. Okay. Eins, zwei, drei. Eine pinke Rose. Und ich hab eine grüne Graslimo. Sieht aus, als punkten wir beide in dieser Runde. Hm. Ich kann sie von hier aus riechen. Ob meine Limo auch lecker schmeckt? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh, das lief ja glatt. Prost. Schmeckt wie ein warmer Sommertag. Jetzt oder nie. Schmeckt irgendwie wie Salat. Warum fühlt sich mein Kopf so komisch an? Ist das eine echte Blumenkrone? Ja, ist es. Und was hab ich dann? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Bäh. Claire, ich will das nicht. Ich bin auch allergisch gegen Gras. Warum konnte die Limo nicht nach Rose schmecken? Äh, ich kann dir eine von meinen abgeben. Hier. Steht dir wirklich gut. Jetzt geht's mir schon besser. Lass uns doch ein bisschen Spaß haben. Als ob ich einen Garten da oben habe. Knurrt nach diesem Video dein Magen? Das können wir gut verstehen. Auf welches grüne oder pinke Essen hast du heute Lust? Teile dieses Video mit deinen Freunden, um auch ihren Appetit anzuregen. Hast du die schon gesehen? Abonniere unseren Kanal und du bist bei jedem köstlichen Spaß dabei.